Salut, salut! Ich muss jetzt gehen, sonst warte Daniel nicht mehr auf mich. Dann kann ich schnell in die Wohnung gehen. Ja, mein Hützele, kommst du auch noch? Ja? So, jetzt, salut, bis zum Morgen, bis zum nächsten Mal. Das ist zu Goldig. Zu Goldig, jetzt. Ja. Aller, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.